Manchmal picke ich mir ja auch gezielt Fragen von euch heraus, weil ich da immer mal schon was zu sagen wollte oder weil das immer wieder an den verschiedensten Stellen auftaucht. Heute habe ich eine Frage, die eigentlich auf dem Arbeitgeberkanal gestellt wurde von Taube B. Ich hoffe, Taube, dass das trotzdem dich auch erreicht, hier die Antwort. Ja, ich habe sie jetzt aber auf den Hauptkanal genommen, weil wir im Arbeitgeberkanal so viele Themen haben, dort veröffentlichen wir nur zweimal in der Woche ein Video. Das hätte dann zu lange gedauert und dort soll es auch mal sehr fachlich bleiben. Aber so ein bisschen dieses Bunte so, ja, das mache ich hier auf dem Kanal. Und Taube B. fragte mich, ich möchte fragen, Alex, warum bist du nicht Richter, sondern Anwalt? Und diese Frage stellt sich im Rahmen eines Juristen, einer Juristenausbildung eigentlich immer, denn da war folgendes der Fall bei mir. Alle meine Kommilitonen wollten damals, mein Studium war so 91 bis 95, 96 und dann das Referenariat, alle wollten damals Richter werden. Warum wollte ich kein Richter werden? Ja, also zunächst einmal, wenn alle natürlich Richter werden wollen und nur die, die es von den Noten her nicht schaffen, es dann nicht werden, dann fragt man sich natürlich selber auch, bist du da auf dem richtigen Weg? Ich persönlich wollte immer Anwalt werden, ja. Ich bin, muss man dazu sagen, Tierarztsohn, zwar in der DDR aufgewachsen, aber mein Vater hat trotzdem vergleichsweise selbstständig agiert und hatte immer aus meiner Sicht einen coolen Job. Der war nicht so in diesem ganzen DDR-System drin, relativ autark, ja. Ich habe dann immer so Geschichten erlebt wie, was weiß ich, irgendein Polizist hat ihn fertig gemacht, weil er im Halteverbot stand, der Polizist hatte völlig recht. Mein Vater hat das aber nicht gefallen, der war sowieso gegen die Polizei und gegen den Staat, ja. Der hat dann dem Polizisten die Schlüssel in die Hand gedrückt, hat gesagt, in Klosterdorf ein paar Kilometer weiter liegt eine Kuh im Stall, wenn die verreckt. 2000 Mark damals war ein Riesenschaden, ja, kommt aber heute nicht so hoch vor. Damals 2000 Mark war wirklich riesen viel. In der Tierarzt hat zum Beispiel in der DDR, glaube ich, mein Vater hatte 1800 Mark verdient, ja. Und der Polizist, der brauchte wahrscheinlich drei Monate bis auf, oder, naja, drei Monate auch nicht, aber vielleicht anderthalb oder zwei Monate, bis er auf die 2000 Mark kam. Mein Vater hat ihm den Schlüssel gegeben, hat gesagt, warte mal auf, hier kannst du machen, ich gehe nach Hause. Und ist dann zu Fuß, hat er sich auf die 12 Kilometer Fußweg gemacht, hatte er natürlich nach ein paar Metern auch keine Lust mehr. Aber der Polizist kam dann mit dem Schlüsselchen hinter ihm hinterher, ja, und hat gesagt, also Herr Doktor, ja, jetzt beruhigen Sie sich mal und bringen Sie mal das dann mit der Kuh in Ordnung. Und es gab auch kein Bußgeldbescheid. So ungefähr war das. Und das hat mir natürlich imponiert als Junge. Auch diese Selbstständigkeit habe ich früh gelernt, mit den Leuten umzugehen. In der Kleintisch-Sprechstunde habe ich immer mitgearbeitet. Ich war, habe zum Beispiel meinen ersten Kater, glaube ich, schon mit neun Jahren, darf heute gar nicht sagen Tierschutz, ja, kastriert. Ja, der wurde in unseren Teppich immer eingerollt. Hinten guckten dann die Eierchen raus und dann musste das so gemacht werden. Und ich habe da, war da immer dabei und habe schon ganz, ganz früh, durfte ich dann auch mitmachen. Natürlich mit Einverständnis der Halter. Auch da hat man aber häufig gerade in der Kleintisch-Sprechstunde nicht so sehr die Tiere behandelt, sondern mehr den Halter. Ja, wenn du selber Hunde, Katze und so weiter hast, dann weißt du, wovon ich rede. Und das Ganze hat mir Spaß gemacht. Das hat mich geprägt. Ich musste dann auch die Schattenseiten kennenlernen. Ich musste zum Beispiel einmal im Monat immer für meinen Vater diese ganzen Quittungsblöcke zusammenrechnen. Das waren immer so, da waren immer fünf Blöcke auf so einem langen Ding, ja, und das musste man mal so umblättern. Ganz viel im Osten gab es ja immer wenig Material, da durfte auch nichts falsch sein, durfte man nichts neu schreiben. Und ich musste dann diese Durchschläge auf diesen riesen Blöcken, was weiß ich, gefühlt 300 solche Belege so, Preise zwischen 10 und 40 Mark, würde ich sagen, damals musste ich zusammenrechnen. Und ich hatte jedes Mal ein anderes Ergebnis. Ich hatte zwar einen Taschenrechner, aber ich hatte jedes Mal ein anderes Ergebnis. Also für so eine geduldigen Arbeit bin ich, ich bin überhaupt kein Buchhaltertyp, ja. Ich habe sofort gemerkt, schon damals als Kind, wo meine Schwächen liegen, ja, und wusste also ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und das ist so auch für die Berufswahl für mich der größte Tipp. Denkt immer dran, wenn ihr etwas als Kinder schon gemacht habt, weil ihr es bei euren Eltern gesehen habt, das schafft nie wieder einer einzuholen. Ich habe im Studium nachher die erlebt, deren Eltern Juristen waren, die schon mit einem Schönfelder, ja, das ist dieses dicke rote Buch, was wir immer haben, wo ich immer gesagt habe, die ist immer verächtlich. Ich habe die immer verächtlich gemacht, weil ich auch ein bisschen neidisch war, ja. Die schon mit einem Schönfelder unter dem Kopfkissen eingeschlafen sind, nachts, ja, als Baby, weil man nichts anderes hatte als Kopfstütze. Ja, die hat das alles schon intus, gegen die hatte man keine Chance, die waren super gut, ja. Wo will ich drauf hinaus? Also, ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, ein guter Selbstständiger bin. Ich bin jemand, der sich nicht gern von anderen Sachen sagen lässt. Ich habe in vielen Betrieben gearbeitet, im Krankenhaus, in der Metallverarbeitung, in der Fleischverarbeitung, wo ich ganz unten war. Ja, und wo mir, ich sage es jetzt mal so, wirklich Leute Sachen gesagt haben, wo ich gesagt habe, du kannst eigentlich nicht auf 13, da gibt es mir Befehle, da habe ich keinen Bock drauf, ja. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich bin auch ein Typ, der sagt, Lehrjahre sind keine Herren, ja, so bin ich erzogen. Ich habe das also alles ordentlich gemacht, wenn es noch der größte Unsinn war. Aber hatte ich Lust, in Zukunft in so einer Ebene Hierarchie zu arbeiten? Nein. Deswegen war dieser Anwaltsberuf für mich immer das Interessante. So, und jetzt komme ich zu der eigentlichen Antwort, lange Rede hier, ja. Ja, übrigens die Antwort war von unserem Arbeitgeberkanal. Falls du den noch nicht abonniert hast, wenn du eigentlich Personal oder Arbeitgeber bist, dann mach das mal. Dort gibt es das Wissen so ein bisschen ausgebreiteter. Also, Richter hat mich persönlich abgeschreckt. Es hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das fand ich ein bisschen zugespitzt, aber es trifft für mich, das habe ich auch nie vergessen, ja. Richtern ist doch eigentlich eine Anmaßung. Also, zu sagen, wie es ist, ist doch was Anmaßendes. Und das muss ich sagen, ich bin, das denkt ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr hier so den Kanal seht oder wenn ihr, wenn ich mich so auch im Berufsleben, wenn ich da so der harte Zocker bin um die Abfindung oder vor Gericht auch in den Strafverfahren für meine Mandanten, dann merkt man das vielleicht nicht so. Aber ich bin von meinem Grundsatz her ein sehr demütiger Mensch, war ich schon immer, bevor mir Böses widerfahren ist. Mir ist früher, ich war auf der Sonnenseite, ja. Ich bin zwar kein Sonntags-, aber glaube ich ein Samstagskind. Aber ich habe mich immer, ich dachte immer, ich bin Sonntag geboren, weil es mir so gut ging, ja. Und trotzdem war ich irgendwie immer, hatte ich immer so eine gewisse Demut, obwohl ich nicht religiös bin, aber ich habe immer so gesehen, was alles passieren kann. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich sehr viel mit Menschen beschäftigt habe, als Kind sehr viele Lebensläufe, Tagebücher, Autobiografien gelesen habe, historische Werke gelesen habe, die wirklich verschlungen habe. Immer in der Hoffnung, mein Leben besser zu gestalten, Fehler von anderen nicht zu machen. Habe dabei ein bisschen übersehen, dass solche Autobiografien natürlich immer so ein bisschen geschönt sind, immer so ein bisschen Dinge auslassen, ja. Und Biografien wiederum auch, die hat zwar ein anderer geschrieben, aber der hat sich irgendwann auch zu viel identifiziert. Der wollte auch eine Heldengeschichte erzählen über sein, jetzt hätte ich fast gesagt Opfer, ja. Also, auch wenn die noch so wissenschaftlich waren, irgendwie ist das nicht das, über deren Ängste, Träume, Albträume und so weiter, erfährt man relativ wenig. Über deren Irrtümer, am Ende war alles immer doch vorteilhaft, ja, was sie in ihrem Leben gemacht haben, sie haben es nicht gleich erkannt. Man braucht halt immer so eine Heldengeschichte. Und ich habe trotzdem aus diesem Ganzen so viel gelernt, dass ich eine Demut davor hatte, was im Leben alles schief gehen kann und wie hoch man stehen kann und wie tief man fallen kann, ja. Also, Napoleon, gutes Beispiel, ja. Und wie zwiespältig man auch bewertet werden kann, auch von der Geschichte, wie sich das ändern kann, dass man das alles nicht mehr unter der Kontrolle hat, dass es auch völlig egal ist, wenn man längst tot ist. Jedenfalls, diese Einstellung, die hat mich von dem Richterberuf abgehalten. Ich war schlichtweg einfach nicht der Meinung, dass es für mich der richtige Punkt ist, andere in den Knast zu schicken, aber auch zivilrechtlich zu sagen, wer nun von wem wie viel wirklich letztlich kriegt, welcher Zeuge lügt, welcher nicht, das alles, das hat mich tatsächlich nicht für mich, hat sich nicht als der richtige Weg dargestellt. Ich hatte in der Ausbildung einen Amtsrichter, in Trier war das noch, mein erster, übrigens mein erster Richter, noch keine Anekdote, ja, der wurde am Tag, an dem ich anfangen sollte, bei ihm verhaftet, war der erste Richter in der Bundesrepublik, der richtig, der muss ja vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden, dass der nicht mehr Richter sein durfte, wegen irgendwelchen Kontakten zur Mafia. Schade, ich hätte ihn gerne auch kennengelernt vorher, ja, muss ein cooler Typ gewesen sein, dachte ich damals so, ist mir ein bisschen blöd, ja, aber so ist man halt in dem Alter. Ich hätte ihn auf jeden Fall gern mal, aus Neugier hätte ich den gern gehabt, aber dann kam ich zu einem anderen Richter und das war ein cooler Amtsrichter, der lief immer in Latschen mit kurzen Hosen, fand ich auch alles gut, so lief ich auch damals herum noch als Anwalt am Anfang, ja, bis meine Sozien dann mal sagten, du sag mal, aber in kurzen Hosen, das ist glaube ich jetzt doch nicht so angemessen, selbst in Kreuzberg, ja, Liebling Kreuzberg, wo ich ja angefangen habe, selbst da ist das glaube ich nicht in Ordnung, jedenfalls, dieser Richter, das fand ich gut, so ein kleiner Herrscher über seinen Bereich dort, kennt seinen ganzen Pappenheimer, das fand ich alles ganz gut, aber trotzdem nichts für mich. Zum einen also, um die Frage abschließend zu beantworten, hat mich der Anwaltsberuf selbst extrem gereizt, ich wollte immer Anwalt werden und der Richterberuf hat mich in gewisser Weise abgestoßen, weil ich Sorge hatte, dass ich mit dem, was ich da machen muss, diese Anmaßung dauerhaft nicht gut zurechtkomme. Was mich gereizt hat am Richterberuf war natürlich, dass ich wusste, ich bin Praktiker, irgendwann machst du das ziemlich in kurzer Zeit, ja, machst das auch gut, ich habe mich immer, habe immer gedacht, ich würde auch nie Karriere machen wollen dann, also wenn, dann wäre ich wirklich Amtsrichter geworden ganz unten oder Arbeitsrichter ganz unten, so ein subalterner Typ, dem alle an Karren pissen können oder nicht, weil ich sowieso keine Karriere machen will, ja, das alles hätte mich natürlich schon gereizt, aber das Urteilen selbst, das Rechtsprechen selbst, das war mir suspekt.